Der Jochen ist durchgedreht. So richtig. Dann in den Himmel zu gucken und irgendwie mal sich reinzuatmen und dann plötzlich, wenn das Wasser so in die Uhren geht, auf dem Rücken zu liegen und zu wissen, dass man nicht absäuft und dann, das war herrlich. Das waren, glaube ich, so die besten 10 Minuten, Viertelstunde in der ganzen Woche. Der hat drei Stunden lang da getanzt. Ich weiß, ich hab's gesehen. Krank. Jochen ist einfach der Beste. Erstmal hat er drei Stunden durchgetanzt. Und jetzt springt er mit den Klamotten in den Whirlpool. Bei ihm ist schon alles zu Ende. Der, ja, der spürt sich auch nicht mehr. Ein bisschen Erholung tut ihm noch ganz gut im Whirlpool. Ich mach ihm mal eine Sauna. Au! Jochen! Ja, der ist mit Schuhen in der Trugel. Der ist mit den Einen. Alter. Er ist durchgedreht. Das ist das Leben. Das ist das, was alle Leute sagen. Du stehst hoch in April. Das ist das, was alle Leute sagen, wir sehen uns mal wie in Ruher Land. Rundfunkstechnik. Das ist das, was alle Leute sagen.